Heute möchte ich mich mit dem EU-Abfallverbringungsrecht und meinen Reformüberlegungen dazu beschäftigen. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen 3-Minuten-Umweltrechtsvideo. Mein Name ist David Sucheneck von der Kanzlei Niederhofer & Partner mit Sitz in Wien, Salzburg und Graz. Wie schon eingangs erwähnt, möchte ich mich heute mit dem Abfallverbringungsrecht beschäftigen, also dieser Rechtsbereich, der den Transport von Abfällen zwischen EU-Mitgliedstaaten, aber auch mit Drittstaaten regelt. Mir geht es heute in erster Linie um den innergemeinschaftlichen Transport, also den Transport zwischen EU-Mitgliedstaaten. Aus meiner Sicht ist hier Reformbedarf gegeben. Wir haben das EU-Abfallverbringungsrecht nun mittlerweile seit einigen Jahrzehnten. Es liegt auch ein Vorschlag der Kommission auf dem Tisch, der diesen Rechtsbereich nun reformieren will. Aus meiner Sicht sind die Reformen aber nicht geeignet, um die Probleme aus der Praxis zu lösen. Da wäre zunächst einmal zu nennen, dass wir eine Flut an Daten, Unterlagen, Informationen bei Notifizierungen beilegen müssen. Das hat wiederum zur Folge, dass die Behörden diese genau prüfen müssen. Ein Beispiel, was für mich nicht nachvollziehbar ist, warum brauche ich Versicherungsbestätigungen von diversen Transportunternehmen, die möglicherweise einmal meinen Abfall transportieren. Warum will eine Behörde das eigentlich gar nicht so genau prüfen, eine andere versteift sich hier aber ein gewisses Datum, dass diese Bestätigungen haben müssen? Ist das umwelttechnisch relevant? Aus meiner Sicht nicht. Daher sollte man das ganz einfach streichen. Also erste Botschaft aus meiner Sicht, die Datenflut hier reduzieren. Zweitens muss man unterscheiden bei den Abfällen. Es gibt Abfälle, die haben ein höheres Gefährdungspotenzial und andere, die das nicht haben. Daher sollte man hier aus meiner Sicht unterscheiden zwischen einer Notifizierungspflicht, hier könnte man abstellen auf Abfälle zur Beseitigung oder gefährliche Abfälle, und eine Anzeigepflicht. Das heißt, ich melde in einer digitalen Plattform nur an, wo der Abfall hingeht und die Behörde kann das, wenn sie es genauer wissen will, auch näher prüfen und Informationen dazu verlangen. So könnte man schon einige Verfahren weniger auf dem Tisch der Behörden liegen haben und deregulieren. Das alles wäre natürlich noch viel einfacher, wenn es hier elektronische Übermittlungsmöglichkeiten in allen EU-Mitgliedstaaten gibt. In diesem Punkt sieht aber auch der Vorschlag der EU-Kommission vor, dass es so eine Austauschplattform geben soll. In Österreich haben wir das ja schon länger. Und ich glaube, auf lange Sicht führt kein Weg daran vorbei, dass man die Daten hier elektronisch übermittelt. und ich glaube, auf jeden Fall gibt es die Daten hier in der EU-Mitgliedstaaten.